Die coolste Bande der Welt ist zurück. Ich habe heute Nacht deine Stimme gehört. Es war ein Flüstern. Hier passieren merkwürdige Dinge. Jetzt geht's auf Geisterjagd. Ein neuer Fall und ein Fußballduell halten Max und die Wilde Sieben mächtig auf Trab. Schau mal auf mit diesem Fußballquatsch. Wir haben einen Fall zu lösen. Ich bin gleich wieder da. Komm mit auf Geisterjagd. Krass. Da ist jemand. Die Geisteroma. Es gibt sie wirklich. Nur im Kino.